Willkommen zum Digitalisierungsbox 2 Video mit dem Thema Einrichtung eines Gäste-WLAN-Netzwerkes. Das Gäste-WLAN ist dabei komplett abgeschottet vom eigentlichen Firmennetzwerk. WLAN-Clients, die mit dem Gäste-WLAN verbunden sind, können dementsprechend nicht auf lokale Ressourcen des Firmennetzwerkes zugreifen. Daher eignet sich das Gäste-WLAN für verschiedene Anwendungsfälle, wie beispielsweise dem Bereitstellen eines WLAN-Zugangs für die Privatgeräte der Mitarbeiter oder auch für die Bereitstellung eines WLANs, das Kunden nutzen können. Jetzt starten wir aber mit der Konfiguration. Dabei führen wir die Anmeldung am Webinterface der Digitalisierungsbox 2 mit den Admin-Zugangsdaten durch. Im Anschluss gehen wir dann oben in den Bereich WLAN und hier gehen wir als nächstes auf das WLAN-Gäste-Netzwerk. Damit können wir dieses einrichten. Zu Beginn müssen wir den WLAN-Gastzugang hier aktivieren. Dann vergeben wir eine SSID, also den Netzwerknamen dieses Gäste-WLANs. Es folgt die Eingabe des WLAN-Passwortes. Dieses sollte sicher gewählt werden. Damit wäre das Gäste-WLAN bereits grundsätzlich konfiguriert. Oftmals empfiehlt es sich, noch weitere Einstellungen anzupassen. Dazu wählen wir hier Mehranzeigen aus. Wenn wir dann runterscrollen, finden wir einige weitere Optionen. Hierbei sind folgende Punkte besonders wichtig. Als erstes die Verschlüsselungsmethode. Im Auslieferungszustand, also bei erstmaliger Aktivierung des Gäste-WLANs, wird WPA2 mit WPA3 genutzt. Optional kann man aber auch beispielsweise nur WPA3 oder nur WPA2 verwenden. Als letzte Option gibt es dann noch die unverschlüsselte Variante. Dann verfügt das WLAN nicht über einen Passwortschutz. Das bedeutet, jeder Client kann sich von extern mit diesem WLAN verbinden. In der Regel empfiehlt sich hier die Default-Einstellung mit WPA2 und WPA3. Dann haben wir die Möglichkeit, die SSID zu verbergen. Somit wird der WLAN-Name bei Clients, die nach einem neuen WLAN-Netzwerk suchen, nicht angezeigt. In der Regel ist es aufgrund der einfacheren Bedienung sinnvoller, die SSID nicht zu verbergen. Als nächstes folgt dann die Option Client Isolation. Mit Client Isolation kann man verhindern, dass WLAN-Clients dieses WLAN-Netzwerkes miteinander kommunizieren können. Für ein Gäste-WLAN empfiehlt sich in der Regel, Client Isolation zu aktivieren. Möchte man jedoch, dass die WLAN-Clients in diesem WLAN-Netzwerk miteinander kommunizieren können, dann deaktiviert man einfach diese Funktion. In der Regel empfiehlt sich die Verwendung von Client Isolation für das Gäste-WLAN. Dann folgt die IPv4-Konfiguration dieses WLAN-Netzwerkes. Dabei wird einmal eine lokale IPv4-Adresse für die Digitalisierungsbox ausgewählt. Der Assistent schlägt dabei bereits automatisiert einen freien IP-Adressbereich vor. Dieser kann aber jederzeit optional geändert werden. Gleiches gilt auch für die Netzmaske. Als nächstes folgt dann die Konfiguration des lokalen DHCP-Servers für das Gäste-WLAN. Dieser ist aktiviert. Das bedeutet, dass WLAN-Clients, die sich mit diesem Gäste-WLAN verbinden, automatisiert über DHCP eine IP-Adresse erhalten. Optional kann man die Funktion natürlich auch deaktivieren. Dann müssen die Clients jedoch manuell konfiguriert werden oder ein anderer DHCP-Server in diesem Gäste-WLAN verwendet werden. Aktiviert man die Funktion, kann man außerdem noch den IP-Adressbereich anpassen, die Least-Time verändern und den lokalen Domänen-Namen eingeben. Mit OK werden alle Einstellungen, die wir gesetzt haben, übernommen und damit ist das Gäste-WLAN eingerichtet. Wir sehen nun auch hier oben im Status Gäste-Netzwerk aktiviert und wir sehen natürlich auch den verwendeten Netzwerk-Namen. Damit ist die Konfiguration des Gäste-WLANs bereits abgeschlossen. Weitere Einstellungen sind hier nicht erforderlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.